so bin ich schon live ja ich bin live ich bin auch live mal schon wie lange es geht willkommen zurück zu einem neuen stream so mein internetanbieter grüßchen raus an vodafone das ist sowohl davon will würde das team heute klappen hat kurz vor beginn des streams einen kleinen internetausfall mal schauen ob das team das aushält ich würde schon mal das spiel starten man geht gleich mal in den invoice und hole den max mit dazu die spielte heute mit bei anwes anweschen heute gemeinsam so schaut es aus ich hoffe ich bin zu hören so ein stück also ich bin zu hören ich weiß anderes auch zu hören spiel sound müsste zu hören sein jetzt müsste der max auch gleich zu hören sein 9 9 gut willkommen zu anwes mit max charakter aus wem ich wähle mal den hier ja sekunde spiel starten das klicken wahrscheinlich online tutorial wenn man nicht spielen das brauchst und nicht zu verlieren private lobby war es ja die beitreten nicht mit ihr beitreten private lobby beitreten jetzt muss ja die eingeben wie zwei sag doch nicht anders im stream damit dass jedes können andere werde ich noch beitreten hier wenn wir gestartet haben sekunde dazu muss ich in der wlan funktioniert glaube ich immer noch nicht ganz mal gucken ob das kurz ansonsten muss es mir wirklich mal diktieren ich hab sie geschickt ja aber ich habe auf meinem handy immer noch kein internet also auf dem pc funktioniert es jetzt hoffentlich also ich bin ja live das stream läuft so weit es aussieht noch mein internet also das internet funktioniert aber weder funktioniert noch nicht deswegen ich bin ja auch auf dem laptop und er müsste ja ja sekunde denkt ja nicht am reden an sondern am internet kein stress heute es ist abend wir haben zeit wie geht es dir heute max ganz gut ich habe ich den code ich kann nicht verdenken das müsste sein dann bräuchte ich nicht mehr das kurz so da bin ich der roboter ist das ist der roboter scan der macht musik manchmal ich höre keine musik der mittelwürste machen dass man das mal leicht machen ich bin noch anfänger wollen wir endlos machen oder was wollen wir machen endlos ist sinnvoll die erste runde ok das hat in der demo nicht gespielt und dann müssen wir zu den schlüsseln und ich habe schon mal die demo gespielt davon wie interagiere ich mir wie mache ich mich störe ich die achte einfach nur einfach nur zu den objekten damit lehre ich damit die ich ab ja einfach nur zu den objekten drauf und das ist eine spitzhacke deswegen kann es auch nur das ist eine spitzhacke deswegen muss man diese erfolge machen ich bin ich bin ich muss noch mal die erfolge machen Die sind richtig. Achso, hier sind die Schienen. Sekunde. Platz hier Schienen. Achso, du nimmst hier Platz hier. Nimm mal das ganze Holz und du bist alles hinten rein. Und baust du Steine dabei. Du kannst du grauen Stein. Äh, sterbster Stein. Nur braun. Ja, okay. Ich versteh das noch nicht ganz. Du kannst du grauen Stein abbauen. Der graue Stein. Und der Sterbe. Okay. Ich köfte schon ein paar Schienen. Weil der Zug fährt. Du musst es immer weiter ausbauen lassen. Ich sag mal, ich mach Zeug hier rein. Ja, trotzdem, du musst auch was abbauen. Ich bauch Schienen, damit der Zug fährt. Der Zug fährt. Ja, weil der Zug ist langsam. Du brauchst es nicht so viel. Ich sag mal, das Zeug rein und bring das dann zu. Es ist wichtiger, die Nähtensache dabei noch. Das ist immer richtiges Weg. Oh Scheiße. Die Schrauben sind wichtig. Bau du mal ab. Ich sammle das Zeug auf und bring das Zug. Du musst es auch die ganze Zeit laufen lassen, damit wir diesen Erfolg bekommen. Der ist wichtig. Sonst kommen wir nicht weit. Ach, du wirst schon Erfolge machen. Ich will die jetzt mal schaffen. Sonst kommt man nicht weit. Nein, man schafft es nicht, wenn man die Erfolge nicht macht. Damit kriegt man Upgrades. Und du kannst es auch abbauen. Weil du musst nur dazu hinlaufen. Schienen. Kannst du mal Stein abbauen. Es ist nicht so wichtig, dass die Schienen so mega weit vorgelegt sind. Nicht schrecklich. Stein abbauen, Stein abbauen. Ah, das macht er von selbst. Sehr schön. Ja, du musst einfach nur hinlaufen, als du es sagst. Und jetzt machen wir mal einen Haufen, damit wir einiges an Ressourcen machen, damit wir den einfach befreuen können. Du musst dann nur zum Bahnhof hin. Ja, aber er sollte nicht zu schnell dahin, damit wir das noch kriegen können oder alles. Ja, aber er sollte nicht zu schnell dahin, damit wir das noch kriegen können oder alles. Das ist ein bisschen Stein. Ich könnte es dem Einsammer noch zum Zug bringen. Ich meine und kräfte. Nein, nein, nein. Oh man. Das holt sich viel zu weit hin. Ich bin ein Zwerg. Diggi, Diggi Hole. Ich glaube, wir bauen nochmal wieder Holz. Ich, ja, warte mal. Ich muss das hier ein bisschen sinnvoller passieren. Der Stein. Hast du ganz schnell Holz nebenbei? So, das reicht. Ich würde hier eine Kurve reinbauen, damit das so ein bisschen... Ich brauche Holz und kriege Holz. Ich brauche eine Axt dafür. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Nein, komm nicht. Ich brauche den Ball bald ab. Wir brauchen schon Umwelt. Warum schon? Ist nicht ganz klar, was du für Achievements brauchst dort, aber... Oh, das was da links oben steht. So, das reicht. Ah, und jetzt bauen wir möglichst viele Schienen. Ich habe hier Holz. Jetzt gibt es einfach nur so viel wie möglich Ressourcen noch schaffen. Holz. Holz, 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 Holz. Schienen. Nein, noch nicht. Verbinden. Zu spät. Das ist richtig dumm. Weil, du verbindest nie am... Ich habe gesagt, du sollst nicht verbinden. Das hast du erst zu spät gesagt. Ne, das habe ich dir schon vorher gesagt, ja. Äh, hm. Wir können eine neue Lokomotive kaufen. Nein, die kaufen wir nicht. Außerdem haben wir eh nicht genügend Werkzeug. Deswegen müssen wir ja die Upgrades machen, damit wir das leisten können. Äh, nein. Das ist ein Schienenwurzel. Das ist relativ gut, aber... Ich werde zum praktischer. Ja. So. Wir brauchen fünf Wagen. Ähm. Ne, wir können bis zu fünf Wagen. Ach so, okay. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Schienen. Ne, ich baue mal wieder Steine ab. Okay, wir dürfen jetzt 40 Sekunden keine Schienen herstellen. Es sollte reichen. Mit dem, was wir haben. Du bist dann noch eine Brücke über einen See bauen. Hier. Und den Weg zu den Kühen. Können wir den Kühen irgendwas anfangen? Nö, die können sie nur töten. Das bringt gar nichts. Außer es ist eine Zeitgeschwindigkeit. Aber es bringt, wenn wir nicht da oben durchgräben. Sag mir, wenn die Schraube da oben kommt. Welche Schraube? Da rechts oben. Ja. Kannst du mal das Eisen hier, das Stein hier ansammeln? Ja, hatte ich da vor. Sehen wir noch nicht die Schraube. Da rechts oben. Ja. Ach so, das Ding dort. Da kommen wir eigentlich hin, weil wir eine Brücke bauen müssen. Ja, das ist aber nicht schwer, weil wir ein Stück Holz. Ah, okay. Da brauche ich eine Axttür. Ich höre die Schraube. Ups. Ist doch brand. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt noch ein bisschen Holz, kannst du abbauen, wenn du das brauchst. Ich habe die Schraube. Ich gehe links lang von dem Stein mit. Du kannst mit der Schraube machen. Und dann hab ich nicht mehr viel Holz. Doch da ist noch Holz. ich bau mal hier ein paar schienen hin aber weil wir auch einfach sind dass der zug sehr langsam noch ich will wirklich viel schneller ich weiß aber bis man die starke geschminkheit erreicht ist es dauert sehr lange einfach nicht das unteren nehmen eigentlich egal ok ich hab ein spitzhack hier hier gibt es noch stein rum falls noch welches brauchst so mehr steigen der zweck baut schein ab so muss das hier muss ich lieber weg von der tür damit ich noch rauskomme schienen wo bist du eigentlich hin hier müssen wir hin ist nicht mehr weit jetzt brauchen wir hier ein bisschen stein ab das brauchen wir gerade dringender stein noch jetzt beides für mich viel das wird noch später viel hektischer joa ich glaub das bis zur rotalen welt geschah ne bis zum runde hab ich es gedacht Sven wollte bestimmt nicht jaa du musst Wasser rein füllen du musst Wasser rein in den Tank deswegen wird der auch rot aha 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 hier sind ein paar schienen hier sind nur ein paar Schienen sammeln Holz Steinbomber hier mehr stein mehr holz das entspannt ist das spiel was existiert was zu dritt dieses spiel super entspannt ja später wird es noch unentspannt zu werden weil einer die ganze zeit holz der andere macht die ganze zeit stein und der andere produzieren ja modi modi habe ich morgen das team der heute jetzt nicht der hätte es auch gehabt hätten wir auch spielen wollen aber den wollte ich heute nicht beanspruchen das hört man eine pause laute musik ich hätte morgen stein musste oben abbauen aber wir haben gerade noch stein drin ein bisschen reicht es noch nicht die noch nicht die letzte schiene hinsetzen bevor wir die letzte schiene hinsetzen können wir noch relativ viele schienen produzieren für die nächste rolle ok können wir die aufheben ja deswegen ja alles was wir abbauen bleibt erhalten das ist eine creature enter ich baue mir ja mal den stein ab hier liegt stein auch nö es hat doch mal stein gesagt egal wir haben ein paar schienen und stein ein bisschen schnell mit nach rechts rein können wir dann was sollen wir kaufen das hier das sind gromper ich würde eine neue lok noch mal ein neues was ich denke hier ein neues das sind interessant das kann mit eisen zu holen zu holen zu holen zu eisen ok brauchen wir also nicht das ist nett hier um können wir uns noch was kaufen ich glaube die stadt so ist geschwindigkeit wenn ich schlecht oder da haben wir schon einmal der weiße ist echt schnell was produzieren angeht okay weiter geht es nächste station okay jeder von uns muss den felsen abbauen das ist ja nicht schwer ich bin auch ein bisschen holz hast du gehört wir müssen beide den felsen abbauen so ein braun felsen hier das andere kannst du nicht abbauen das ist unser stürmer wie viel muss der bauen nee jeder muss nur einen abbauen ich hab hier schon einiges abgebaut ja ich meine nur für diese schraube die wir da mitkommen hast du noch keinen abgebaut oder was nö aber wir haben ja noch zeit bis zum nächsten mal dann nimm mal die hacke hier kannst du weiter bauen ja dann mach mit dem holz und schlau und krieg es weg rein ja das ding ist wolf ok holz 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 Systematisch hier reingraben. Achtung, die Lok wird rot. Muss gelöscht werden. Sollte eigentlich halten. Eigentlich länger. Material. Ich setze Schienen. Ein bisschen Holz. Der kann irgendwie nicht viel tragen, dieser Avatar. Nee, wir können immer nur zwei. Da brauchen wir auch gleich eine Brücke. Da brauchen wir einfach nur Holz dafür, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Steine haben wir jetzt genügend. Wir brauchen Holz. Jo, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Warte. Steine haben wir hier einen ganzen Stapel. Jo. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, ich baue mir hier ein paar Kuchen rein. Äh, bau da keine Kurve rein. Lass die geradeaus fahren. Du kannst die Schienen wieder wegnehmen. Ist sinnvoll, dann nimmst du uns keinen Platz weg. Ne, ne, du musst jetzt einen wieder wegnehmen. Nein, nein, tu die ganz woanders dann einfach. So. Hier im Holz. Und ein bisschen Stein. Und mehr Holz. Nein, hier rein. Schienen. Die Tremiere. Ähm, was ist die Hacker? Steine haben wir aber noch ein bisschen. Brauchen wir eigentlich nicht so viel. Immer trotzdem. Ja, aber das müssen wir dann auch mit rübertragen. Ich glaube das ist zu weit weg dann. Wenn du es nicht jetzt rüberträgst. Kannst du ja mal rübertragen. Ja, ich wollte gerade ein bisschen Holz anbischen. Der Bächter ist zweimal süchtig. Man muss auch die Werkzeuge immer mitschreiben, weil sonst verschwinden die. Und vor allem Schienen. Ja, wir haben keinen Holzrat. Ne. Oh scheiße. Ähm. Egal, wir hatten eh alles. Da war kein Wald mehr. Oh ja. Neuen Charakter vorgestalten. Ähm. Was wollen wir kaufen? Das hier? Das baut automatisch nahliegende Ressourcen ab. Ja, das klingt gut. Kommen wir das hier. Oder wollen wir eine neue Lok haben? Ne, noch nicht. Wir wollen noch langsam. Die sind nur. Ich nehme mal das hier mit. Ja. Hier sitzt die. Da vorne. Ganz vorne. Ganz vorne. Ganz vorne. Hinterm Zug direkt. Hier. 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 Okay. Jetzt zwei können wir noch. Okay, das hier Ding. Das Ding. Erhöht die Effizienz. Das ist. Das ist. Das ist. Jetzt haben wir 3D drüber verschieben. Ein Dampflok. Ein verbessert Dampflok. Also wenn die durch die Wüste fahren. Warum? Ja. Dann ändert sich die Spion. Wenn wir die nehmen. Was ja nicht schlecht ist. Okay. Wir müssen jetzt ganz viel Ressourcen beschaffen. Weil wir seinen Schienenwagen für 6 Sekunden ausgelastet halten. Klingt nicht nach viel. Weil wir am Anfang 14 Sekunden schaffen müssen. Aber mit dem Ding schon. Weil der produziert sehr schnell. Ich hab Schienen. Ich baue mal um die Ecke. Oh nein. Kannst du mal einen Bandipen mit deiner Spitzöcke oder so killen oder so? Ne die sind noch nicht. Ich hab das Kippen mit einer Spitzöcke. Oh nein. Wir können das mit der Arten oder Spitzöcke. Wir können das mit der Arten oder Spitzöcke. Richtig mies. Du musst den Kippen auf. Ich baue ihn ab. Ich muss mich grad... Kommst du her? Du musst mir ganz schnell helfen. Ich baue den Banditen ab. Ja ich weiß. Aber du musst ganz schnell herkommen. Die Schraube hier oben. Das kommt ja nicht mehr ran. Achso. 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 Hier ist ein Bandit. Der kommt her zu uns. Dann guck mal du dich um den Bandit. Jo und danach füllst. Ich baue noch ganz viel Stein ab. Ich baue noch ganz schnell viel Stein ab. Warte. Ich baue erst den Banditen ab. Steht jetzt ruhig nah am Stein. Ah ok. Jetzt Stein. Hier ist Stein. Wo ist der ab? Ich baue erst mal zwei Türme hin für die ganzen Ressourcen. Du baust Schienen. Vielleicht der Zug kommt dich am Ende an. Der gibt ne Warnung, wenns kritisch wird. Meine Fresser. Ich hab Stein. Gut. Oh Stein ist dran. Was ist der mit dem Stein? Das meinte Schmidt. Ja. Wir müssen trotzdem... Nein! Der produziert zu schnell. Das ist... Der ist in zwei Sekunden einfach alles an Ressourcen verbraucht. Baue Schienen. Ja guck mal wieviel Schienen wir haben. Dann platziere sie. Ich werde nur den Erfolg bekommen. Ich werde nur den Erfolg bekommen. Dafür musst du mitmachen. Ich mach hier Stein. Mensch. Ja, das gibt's. Ähm. Warnlöschen. Du kannst, ever mal. Ich kriege Schienen. Mit ihrem Schienen. Steh mich nicht weg um. Ich habe einen Stein. Hier muss der Stein. Siehst du, was ich mit schnell produzieren meine? Wir müssen Schienen platzieren. Oh, das ist gut. Äh, dahinter. Schiene, Schiene. Wir haben noch recht viel Strecke. Vielleicht ein bisschen um den Weg bauen, dass er mit ein paar Kurven fährt und nicht sofort da ist. Ne, das ist dumm, weil dann verbrauchen wir nur extra Schiene. Ja, wir brauchen ja Zeit. Ja, aber wir haben wenig Zeit. Diese Belohnung bekomme ich glaube ich nicht. Und zack, hier rein. Wir kommen hier. Ah, du musst jetzt unbedingt Wasser in den Eimer füllen. Sonst brennen wir gleich. Äh, wenn du mir sagst, du da Eimer ist. Da wo du ihn liegen gelassen hast. Hier unten. Der ist leider leer. Ähm. Ich hör mal Holz. Brennt. Ich weiß. Schiene, Schiene, Schiene. Da unten liegt auch noch Holz. Nicht so weit runter. Da brauchen wir nicht so viel Schiene. Das ist relativ unnötig. Ich versuch den Umwege zu fahren zu lassen. Damit er nicht sofort da ist. Das könnte clever sein. Ah. Äh. Stein. 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 Deine Spitzsäcke liegt da unten. Das ist Holz. Ja, natürlich. Spitzsäcke. Stein. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu gießen. Sehr schön. Ich geh zum Rand der Welt. Oh, schade. Ich kann nicht runterfallen. Übrigens ist ganz passend, dass ich heute mit dir Unwild spiele. Aber Unwild ist auch aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht, dass es schon länger raus ist. Aber es ist auf der Gamescom. Es ist in der Indie-Arena. Es wird eine Demo. Es wird irgendwie eine Demo angeboten oder so. Das ist Teil der Indie-Arena. Das ist Teil der Indie-Arena. Ich hab das Spiel irgendwie schon seit zwei Jahren oder so. Ich weiß auch nicht, aber... Oh, das gibt es schon länger. Das ist aber das erste Ding aus der Indie-Arena, was wir anspielen. Ich hab hier Holz. Ah, und wenn ich mich noch richtig erinnere, es gibt kein Limit an Höhe, was du an Ressourcen übereinander starten kannst. Die Enten kann man nicht mitnehmen, oder? Die Enten? Die Enten, die da auf dem See schwimmen. Nein, leider nicht. Äh, man kann aber... Ich glaube, man kann ein... Ähm... Später, es gibt so einen Wagen, den du anhängen kannst. Der macht, dass man... Mann, wie heißt das Ding? Ich glaube, es war... Für... Als... 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 Als Wassertank. Wie brutal. Ja. Okay, ein bisschen Holz. Wir müssen aber gleich die Schienen platzieren. So, Tink. Was macht das, wenn der Zug eine Warnung von sich gibt? Also, der macht so einen Warenturm. Ja. Zug fährt ein. Zwei Schrauben. Oh, hier ist es hier ein Geisterzug. Lass dich auf andere Seite wechseln, nicht wortwörtlich zu verstehen. Ah ja, hier. Das gibt die Kraft für jedes Tier, das du es bringst. Aber das bitte nicht. Dann können wir einen Geisterzug haben, oder nicht? Ne, ne, das ist schmarrer für Zug. Dann wird die Defensive zu schnell. Spannend. Auf den hier? Ja. Da können wir mal... Da können wir eigentlich das... Das Zerrungen wechseln. Ja, dann wird der Zug auch wieder langsamer. Deswegen... Oho. Langsam wird das schneller. Hm. Schraube. Ah ja, für acht Schienen vorausbauen, das ist nicht schwer mit dem... Aber da können wir nicht hin zu der Schraube. Was? Was für den Traum ist durch den Walz. Ah ja, das müssen wir machen. Und dann... Ich bin deinem armen Walz. Und dann... Meiner sieht auch aus... Meiner sieht auch aus wie ein Fürster. Irgendwie. Eher wie ein Anstreicher. Ich bin Obdachloser. Ich bin Pinguin. Boah. Das habe ich mir schon gedacht. Was? Ich dachte mir, welchen Charakter wirst du wohl nehmen? Ich habe schon gedacht, den Pinguin wirst du wohl nehmen. Ja. Kein Grund. Ich brauche hier mal ein bisschen Holz. Wo kriege ich Holz her? Ähm. Ich weiß nicht. Weißt du, wo ich Holz herkriege? Nee. Oh dunkel. Ich habe die Schraube. Oh, ich sehe hier ganz schnell. Ähm. Ich sehe hier ganz schnell. Ähm. Ich komme hier nicht mehr rein. Jo. Wenn du die zwei Bäume da weg machst, dann fechst du den Baum am besten. Mach den Baum da weg. Mach den Baum da weg. Mach den Baum da weg. Zwergi. Nein. Natürlich. Ja. Nein. Mach den ganz weg. Ja. So. Ja. Da kannst du schnell Wasser reinmachen. Sonst brennt man zu viel hier. Sekunde. Das hier muss sein. Wo ist der verdammte Eimer? Ach da hinten ist der Eimer. Ich habe. Ja. Und brennt. Wir bauen Schienen. Jo. Wo hat es nicht da genügend? Ich würde es gerade aus ruhig weiterfahren können. Da hätte man den Ding da benutzen können. Wir bauen Stein. Ja. Okay. Ah, die Axt. Nimm so die Metz. Nein, nein. Fahr direkt an den Wald. Fahr direkt an den Wald da. Ja, hier. Mach ich doch. Nein, hier da. Der kommt aber nicht mehr rein. Ja, nicht abbauen. Nicht abbauen. Egal. Ich möchte das abgebild benutzen. Wenn wir schon gekauft haben. Ich hole die Axt. Ey, die Spitzsache. Die werden wir brauchen. Fülle die einmal am besten auch immer nach. Direkt. Ja, da oben. Stein. Ich fülle Stein. Ich fülle Stein. Ich fülle Stein. Es wird gut wenn die Schiene, wenn die, wenn die Bahn mal wieder langsamer wird. was machst du ich sag mal ganz viele ressourcen jetzt nämlich das dinge an wie wirst du die china wieder hoch bekommen warte kurz wir gehen durch den ganzen berg durch du brauchst es nicht machen guck mal das ding macht es schon also jetzt wirklich das ding macht es sehr toll und ist die schien platzieren indem wir noch ein bisschen stein und er baut in relativ großen umkreis auf deswegen ich baue hier schon mein weg durch die kurie ist okay wenn man schiefmann ja ich habe ich meine erst china kannst du ganz schnell da diesen mit der axt den weg war mach du kannst jetzt hier die bitte die schienen schnell platzieren wo sind schienen hier sind schienen das holz lehnen weiter habe keine schienen mehr dann brauchst du schnell wischen oder nimm dir die hand auch kacke warte kurz machen Es ist ein unnötiges Tank gewesen, ich weiß, aber es ging jetzt mit viel Ressourcen. So, hier noch ein bisschen Holz, dann naht es rein in den Wagen, die Bohnschäden, Bohnstein, ja, warte. Baut sich nicht safe, sag ich. Wenn und praktisch, wenn wir das Holz mitnehmen. Okay, ne, gelöscht muss hier nichts werden. Schienen. Kannst du mal ganz schnell Stein aufbauen, damit wir diesen Wagen da anschmeißen können. Eisen. Egal, Holz brauchen wir nicht. Ne, haben wir. Doch, nehmen das alles doch ziemlich. Dass wir jetzt noch für die nächste Ding bleiben. Warum noch einmal? Nein. Ich kann irgendwie nicht so viel Holz tragen. Das ist immer ein Grimmens. Ne, man hat immer noch drei. Holzstapel. Jetzt brauchen wir gleich eine China. Warte. So. 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 Steinen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Holz. So, jetzt können wir uns die Zugjunden noch einen Waggon kaufen. Ganz kurz, ich möchte nur wissen, was das ist. Das ist eine Lampe und das ist... Ja. Hier hin. Ja. Einfach den Wagen besitzen. Warte, wir brauchen noch einen Wagen. Ne. Sollen wir den hier? Zeig den Weg. Der ist noch nicht. Der wäre relativ geil. Die Abbaugeschwindigkeit wollen wir ja nicht. Doch, doch, dann bauen wir selber schnell rein. Die dunkle Nacht, will ich. Nein, nein, nein. Das brauchen wir nicht. Kauft es nicht. Das ist eine Verschwendung von Schrauben. Das braucht Rohstoffe. Außer, wir machen ja mit unseren Zugjunden. Zu spät. Aha. Mhm. Nächstes Biom. Ja, wie ist das? Oh, mehr Holz. Ja, und da unten ist die Schraube. Ähm. Schienen. Ah, die Schraube ist da unten. Da muss durch den Stein erstmal durch. Ich glaube, durch den Stein durch ist das auch sinnvoller. Ich hole die Schraube. Ah, das sind Verditen. Ja. Die werde ich glaube ich damit freilassen. Bisschen wirklich. Du musst da ja nicht die Verditen freilassen. Du kannst einfach so um die Bäume graben, dass du die nicht frei lässt. Ich brauche mal eine Axt. Da oben. Und die Spitzhacke. Warte geht es noch nicht. Noch nicht. Ich weiß nicht. Schraube. Hier wird es nämlich. Äh.. kannst du das Holz nach vorne schlagen? Warte, ich muss mir gerade löschen. Fülle Einfach reinwirken. Einfach mitnehmen. Alles gerettet. Stein, Stein, Stein. Die Schienen sind voll. Ja. Bau das direkt an dem Kaktuswald lang, weil dann können wir das abbauen lassen. Okay, Kaktuswald. Nein, nicht das Abhaken. Nicht du. Das machen wir mit der Zug. Damit dieses... Ich baue hier schon mal jetzt ab. Es werden keine neuen Schienen produziert, während du... während da noch welche... während da alle drauf sind. Achso, ich dachte, wir haben gerade keinen Stein. Du musst mal ab und zu mal die Schienen wegnehmen. Ja, ich weiß. Aber ich sammle gerade eher Stein. Vielleicht können wir noch den anderen Kaktuswald holen. Die Musik ist sehr laut. Ich hab sie aus. Ja, was neun, ich war zu gestresst hier um das. Oh. Vielleicht kann ich gerade mal... tun. Musik-Lautstärke. Ja, so. Das wäre der Licht. Ein paar Schienen. Okay, so viel dazu, der wollte den Kaktuswald ab. Ah. Tut er jetzt auch. Aber nur ein bisschen. Wo ein Stein. Ja, wegen der Kugel. Stein, star, Stein. Stein, 10. Und ich meine, die Lampe lohnt sich halt wirklich nicht. Ah, warte mal, die hat schon euer Zollsverbrauch. Ähm. Geile Verschwendung. Und. Was passiert jetzt? Macht sie nicht so? Äh, ja. Ah. Sehr effektiv. Stein verschieben. Ich glaube, ich fähre mal da rum, Holz. Äh, Holz. Komm, was willst du holen? Kannst Wasser nehmen. Füll mal Wasser in den Eimer. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Äh, Wasser in den Eimer. Äh, ich glaube, ich habe den Eimer versenkt. Nee, hier ist er. Nee, du musst nur warten. Oh, wie viel Eisen da unten abgebaut wird. Die Spitze hat noch neu. Oh, Westernmusik. Epic. Ich höre Maschinen. Ach. Ich höre Maschinen. Ach ja, ja. Hahaha. Äh, was ist da? Und willkommen. Weihentfestung. Ich höre mal Stein. Wenn die Ressourcen da unten bewegt, je schneller. ja und jetzt ressourcen sammeln naja besser gesagt wieder mal nur holz weil es kaum noch stein gibt gibt es noch ein bisschen stein ja ups ich glaube ein bisschen dass man die schraube ist einfach nur dass wir da gewesen sind das brauchen wir nicht das haben wir doch schon mal das haben wir noch schnell ein tromodiesel lockt die auch wimpen abfüssen für den winternextrium beleuchtungsradius was macht das mehr haben wir nicht das winterbiom ist richtig kack was probieren das ist ein bisschen langsamer werden was sehr gut ist was nein nein nur uns beim laufen nicht mehr reisen ich brauch das holz brauchen wir ja das wenn wir brauchen kein holz er legt das man nicht schieben und ich unbedingt ach so da war ja holz so ein stein ja mach doch mal okay er darf nicht brennen das wollte hoffentlich einfacher jetzt muss ich ihm etwas nachfüllen sobald es wieder geht äh ja soviel dazu sobald es wieder geht steigen so ist aber der zufrieden ok durch schluchzen ich bin eingefroren ach so hier das sind kamele ja und banditen lieber freischaufeln können ja aber sollten wir nicht unbedingt machen warum hast du die feige damit sie töten kann also fragst was die klauen die klauen unsere werkzeuge ich will nichts zulassen ich will es nichts zulassen ich will hier schon mal ein bisschen stein ja also müssen wir ein paar schienen gegen ja ich wollte die gerade wegen dafür müssen die die dinge hier aus die kabine aus dem weg räumen weil die stehen im weg ne müssen wir nicht die stehen nicht im weg genau die äh ich glaube die stehen gar nicht im weg ne die schraube noch nicht ich will das hier schienen ich will das hier schienen ich will das hier schienen ach okay ich sehe die schenken ich habe die tussen du kannst gerne das holz neue schienen ich gehe zur schraube ach da hinten ist die schraube ja ich muss ich meinen weg prallschaufeln ne du brauchst äh holz und die sind schienen das ist der bauern ach sind wir schon da äh holz 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 da sind auch schienen ja hier liegt auch einig an holz bei mir hinten ist hier nur rum holz 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 aber ja und er macht direkt wasser rein damit es nicht anfängt zu brennen ich will da mal sagen ich will das hier ne ich will das hier ja hier liegt noch einiges an holz hier liegt noch einiges an stein ja gut dann können wir direkt schienen die kamille wandern äh, das Kami hat den Eimer leer getrunken das troste ich nicht, dass sie das machen das könnte sein, dass es nur noch jetzt er hat schon wieder den Eimer leer getrunken ne, ne, ich hab Wasserringe, ich hab den Ding neu gepfüffelt bauen wir mal neue Schienen Zwerge gerottet Kamila Schienen 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 Warte, ach, geh weg die Stelle ist echt Blut äh, nö, so nicht da hast du mal am besten Eisen raus, hier liegt auch noch ich bringe das vielleicht ganz zu Holz brauneue Schienen Zwerge ich schütte mal ein paar Kamila Stein rum Schienen ich geh äh löschen und dann bevor einfach brem johu die Schienen die Schienen die Kamila stehen im Weg die Kamila stehen im Weg die kann man auch treiben wieso, wenn man sie töten kann äh, falls du diesen einen Behälter hast, wo du dann Wasser aussehen machen kannst soo Schienen und das letzte Schiene, letzte Ressourcen sammeln und dann hier zu kluschen wir haben drei schrauben die lokomotive wollen wir noch nicht die wasser gegen uns die wasser kann sein kapazität doch das wir müssen so oft in der wüste wischen ja aber wir sind ja lange in der wüste wir sind nicht mehr lange in der wüste aus können wir das upgrade nehmen ist zu spät andere wagen sind vorher gewesen wir hätten einfach das upgrade hier nehmen sehr gut wir hätten ja eine minute durchgehalten ja dir geht's kommen wir dann ins winterbiom oder nein erst wenn wir die neuen zukaufen aber du hast gesagt wir sind nicht mehr lange in der wüste ja ich möchte nicht mehr lange in der wüste weil wir das dann upgraden du wirst lieber ins schneegebiet oder was ja müssen wir jetzt eh weil wir jetzt keinen neuen wagen mehr kochen können weil wir wieder schnell werden ich mache hier eisen stein ich bring mal stein hinter ein bisschen holz so der zug ist ganz schlank ja genau deswegen habe ich gesagt das heißt das ist die abgebildung nein nicht die ganze zeit nehmen naja wir können die schienen erzeugen ja aber das andere ist wichtiger die schraube zu bekommen hol mal die schraube so macht ja krass die beniten lassen wir dort drunter ja sonst dauert es nicht ups ah film mal wasser nach hat es auch unten das wasser nach 2 holz ok noch 5 holz jetzt können wir es nicht mehr machen jetzt können wir es nicht mehr machen den berg kannst du nicht mehr bauen oder ne ne ich komme nicht durch ne 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 stein nachlegen jetzt schnell liegt dort drüben ich will also die mening hausten befreien doch ich nicht resto Wasser ein bisschen China Kamel am besten einfach nicht befreien ange ich willkommen die bestehen machen wir jetzt noch nicht abholen ja doch kann du bist manchmal schwer zu verstehen ich wäre dafür dass wir den wagen ja wir haben fünf schrauben ja aber wir kriegen ja noch so ressourcen sammeln wenn ich von unten zu dem stein hochkriebs dann können wir so alles schneller weg vielleicht ist die schiene fertig also mal das holz sein ja die schiene bereit hier soll es schiene du musst nur jetzt entsammeln wird entsammeln ok lass mich doch mal so und was ja komm er fällt kraft der feldschrattet kann ich mal wechseln oder in der lobby kann wenn ich nicht schade na da ab ins schneegebiet ja mit e viel zu kompliziert um irgendwas zu machen legt schiene doch hier ist wasser nein das ist kein wasser nicht ok ich habe das mondwasser verwechselt ja es sieht aus wie wasser aber wasser wird nicht mit schnee bedeckt das ist nur heiß schienen 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 da brauchen wir aber steigen jetzt für die schienen ja das hier liegt nicht zu viel und ja es schneidt gar nicht das ist lästig ja und der schnee wird immer höher schienen ja ich dachte du darfst die spitze nicht mehr benutzen wieso das nicht mehr äh links oben kannst du mal ganz schnell wasser nachfüllen das ist doch kühl genug hier im müsste es nicht von selbst kühlen im schneegebiet das wäre schön aber nein gut ist leider nicht und wir haben kein wasser dort drüben im schneegebiet äh noch nicht es gibt was ich baue mal ein paar schienen hin oh wir haben Klimawandel bekommen ah du kannst schnee mit dem wasser immer schmelzen ach so was wir brauchen holz für schienen wir machen da ja schienen ja ja ich komme fast ich komme fast hier liegt holz neben dir wir können auch direkt aus dem schneegebiet weiter weiß nicht wo die schienen sind ja das ist schwer zu sehen ganz gerne das ganze holz dahinten weg tragen ich baue grad schienen weil der zug ist ziemlich schnell nicht ziemlich langsam oh nein jetzt wird es auch nur nachts noch kühlen noch kühlen noch kühlen noch kühlen noch kühlen ah cool die axt verschwindet ja die axt darfst du aufheben nur die spitze da ich willst du mal mitnehmen ja ich komme hier nicht durch ich brauche ich brauche Schienen ist ja nicht tot warte mal schnell mal mach den Weg weiter mach den Weg weiter hier ist der Weg oh nein ach so du hast doch noch ein Schiffchen du kannst was du mal machen kannst du kannst den Eimer nehmen und dann kannst du das ganze Schnee weg machen ähm äh du hast die Wasser weg du hast grad im Wasser weg du hast grad im Wasser weg du hast grad im Wasser weg du kannst das nur und hier schnell Wasser hier hin nein du kannst den Eimer nicht schienen äh der Eimer liegt los wohl in dir in dir ja ey die Spitzhacke verschwindet auch gleich alles gut wir haben noch Zeit aber guck mal mit dem wenn da noch ein Wasser drin ist dann kannst du jetzt einfach durchlaufen Schienen 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 lad mal ein bisschen Holz und Eier und Stein ja äh hier Holz ist hier Holz hab ich nicht Holz ist hier ja hab ich hab ich hab ich da gleich noch ein bisschen Heiden da vorne wird gleich nötig mit den Schienen 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 jetzt naja da rechts unten ist Wasser ok 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 ich komm hier nicht mehr durch ich komm hier nicht mehr zur abgab äh das ist ok ok hoffentlich ich bin hier in Riemen ich bin abgesperrt ich komm hier ich kann nichts ist doch egal du kannst einfach gleich die Schienen weiterlegen vielleicht auch nicht mehr ja doch gleich kriegste das ist doch wohl der Zug hört nicht zu heiß in der Zeit äh nur ich sehe nicht wo ich die Schienen hinpacken soll verdammt ok konzentrier mich mal auf Schienen legen sammler du Material ach du scheiße ist das nervig ich sehe auch gar nicht wo wir hin müssen aber wo sind die schienen direkt davor immer nein ich brauch wasser okay doch fährt durch nimm den vier schrauben manchmal weil dann kannst du so durchlaufen ja wohin kommen wir jetzt nicht das gebiet lasst dich überraschen wir werden auch viel zu schmicken na dann oh vulkanwels ja das hört kacke das ist das kann man so sagen legschienen jetzt brauchst du eisen für drücken hier muss der durch lave durch ich glaube dafür braucht man diese dampfquellen das ist im grunde wasser okay hilfe ich komme nicht mehr durch ich hab mir mal den weg hier frei ich glaube wir müssen oben lang oder ich mach die kippe schneiden ok es kann ich nachlegen es gibt keine neuen schienen ich komme nicht hin da steht das haus im weg so hier jetzt gibt es hier wohl relativ wenig in dem gebiet auch da unten das ding brennt du musst du musst mal wöschen das ding brennt noch nicht das brennt erst wenn es rot wird außerdem komme ich nicht an den anderen und ich komme ich an die axt dran weil du mitgenommen hast ja das könnte kritisch werden so wir müssen da oben die strecke lang führen wenn der zug vorbei ist dann ich brauche ich mal ein bisschen holz ja wir müssen da unten die strecke lang führen ich hole die axt und den eimer weil es gleichzeitig geht ja nicht wie machen wir es jetzt zu spät hier ist die axt ich hole den eimer ich hole den eimer ich habe baute schienen ich habe kein holz auch den eimer habe ich hier den platz sehe ich mal hier drüben wir brauchen holz wir brauchen stein beides brauchen wir irgendeine erdbehebung wow what the fuck ja ich weiß wir brauchen neue schienen wir brauchen schienen wir brauchen schienen ja dann liefer stein hin leg stein drauf zwerge stein hinlegen ist wichtiger als das schiene weil sonst werden keine ja du musst die stein direkt drauf legen weg hin äh wo brauchst du hin wir müssen hier nach oben sonst kommen wir ja nicht durch ah ok äh warte ich brauche steiner weg hier du kannst das holz da unten fällen ich bring mal hier das hier hoch ich sehe überhaupt nicht wo hier holz ist das ganze holz alles was da unten braun und die kürbisse ach hier ist die spitze 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 äh kürbisse kürbisse du kannst doch mal ein paar mal öfter shift drücken zum dashen dann bist du schneller spitzhacke äh 2 du kannst auch shift drücken zum dashen dann bist du schneller ich muss erstmal abbauen 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 nein gib mir die schienen 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 holz 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 ja hier oben fahlz hier unten auch ja gut aber jetzt kannst du was hier oben abfahren doch praktisch wenn man nach oben kommt spitzhacke legt man hier den spitzhacke ab und holen den eimer ja ich brauche schon mal unsere putze langsam die muss nämlich hier oben brauchst du mal schnell schienen oder legst du schienen besser gesagt äh wenn ich ran komme sind nicht mehr viele da ich brauche noch alles deswegen ich brauche mal holz dafür ja dann bau dir holz ab ich muss die sprüche bauen sonst komme ich gar nicht weiter sonst ist hier ist ja mega aber man hat es hier schaffen hier oben ist direkt holz du musst nicht so weit laufen hier oben ist noch holz äh zwergi hier oben ist holz da musst du nicht so weit laufen hier unten auch ja aber da musst du nicht so weit laufen dann sind wir schneller aus dem dash drückt shift ja schienen hier durch dash einfach öfters mal dann kriegen wir auch den erfolg dash noch äh schienen 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 ja äh nö nö nimm die schiene kommt gerade auf die spitze äh wir haben hier nen schleim dort töte ihn töte ihn töte ihn zu spät danke und ich bin tot ey wieso bist du tot weil er mich mitgetötet hat deswegen habe ich gesagt töte ihn weil ich kein Wechsel das ist geil ah da bist du wieder hier ich komme mit dem Luftballon wieder öö comme schienen brauchen wir der holz ja hier ist die patterns erstmal das hast du und paar mal dashn damit wir die schraube introductions bianain felsek im hopp ok da und ja noch nicht ich weiß nicht wohin ich komme da nicht hin wieder raus noch nicht noch nicht jetzt muss ich aber das trotzdem liegt die schiene der trotzdem zu spät ja eine schraube damit können wir das hier das laber ding ist hier dass das das ist unnötig so weit die telsen zu holz und so geht umgebote locker auf dem mond ok und sammeln war und sparen wir mal für vier für links das wird kompliziert hier leist den zug für zehn sekunden brennen ach du scheiße ich hasse das ich hab keine orientierung da durch ich baue mal steine ab hier fülle mal wasser noch wo ist der eimer hier nicht wasser 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 stein 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 die müssen wir dann irgendwie durch hier ist nach unten oder nach oben wir müssen nach unten nach rechts kommen wir nicht durch ok ich baue hier den weg durch baue schon maschinen in die richtung stein ich glaube du willst gleich wieder ja aber diesmal nicht das nicht diesmal bittig 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 dann können wir nicht vorbeigelaufen den emmer müssen mitnehmen ja nur nicht nachfüllen ähm ich nehme den eimer mit der stein platziert holz holz du kannst du die schienen da wegnehmen bevor die anfangen zu brennen was für schienen die da noch auf den wagen liegen oh der zug hat mich gekillt ok die hacke ok jetzt können wir ihn löschen jetzt löschen jetzt löschen jetzt löschen jetzt wo ist der eimer hier hier ich hole die schraube das reicht noch nicht was da sind zwei schrauben wo man die schraube sogar noch vom letzten mal holen könnte äh wo ist das wasser äh die dampfonteen ich komme nicht hin da ok schienen hohe schienen ich kann keine schienen holen während es brennt du kannst sie aber auch hier unten lassen ja ok jetzt kannst du oben durch nein kann ich noch nicht ich bin dabei es braucht aber ist alles gelöscht ja ist alles gelöscht komm geh durch lass mich durch leg schienen da ist die spitze leg schnell schienen 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 ich bin unterwegs ich komme nicht durch ich komme nicht durch ich komme nicht durch scheiße ok scheiße man scheiße man nein wir haben verloren wenn der zug kaputt hauen ist du brauchst gerne schienen legen verdammt ja sind die ja weit gekommen nur 360 m ist da schlecht für die erste ich werde nicht verbunden an hier einstellung ändern ich weiß nicht ob ich neu starten will das ist ja noch mal noch mal so eine runde kriege ich heute nicht mehr hin wir können darauf schnell machen nee was gibt es noch für modis Sandbox gibt es schon mal Sandbox probieren Sandbox ist dumm da kannst du einfach nur bauen ja da kannst du halt alles an deinen Zug kriegen das ist ein Zug frei konfigurieren ja nur mit den Sachen die wir schon hatten das heißt du kannst nicht jetzt im Wetter kannst maximal die Atom zu nehmen ist ja schon dran was haben wir hier das können wir noch nicht nee das haben wir nicht freigeschalten wir können nur die Gegner neben dir wieder drauf mach mal den Zug so lang wie möglich ist auch egal was dran ist einfach mal dran kloppen wir können nicht mehr dran machen wir haben für 8 von 8 Wegen ok erst mit der Weltraum wir können wir neu fahren ich habe uns auf 1000 Meter gesetzt jetzt geht es hier weiter oder was ach scheiße leg Schienen ja wir haben hier 3 Schienenwaren ja das ist auch sehr praktisch ich versuche hier 3 leg Schienen ich versuche Schienen zu bekommen da liegt Holz im Weg ich versuche Schienen ich komme nicht durch Hilfe ich komme nicht durch Hilfe ich komme nicht durch ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe 0,63 Meter die Sekunde ähm hast du Vollgäste installiert ja wollen wir noch eine Runde Vollgäste spielen ja gerne wollen wir noch eine Runde Vollgäste spielen weil ich habe jetzt das reicht jetzt auch für heute nochmal eine Runde starten macht jetzt keinen Sinn jetzt glaube ich entspannter Vollgäste ist ein bisschen entspannter hier äh ich habe jetzt noch äh vorgäste jetzt in Epic Games und oh Spiel beendet ja ich bin da rausgegangen äh ich hole mir ganz schnell was zu trinken ich bin gleich wieder da ja wir können auch mal wir können auch gerade mal eine Viertelstunde Pause machen es ist 20.15 Uhr dann können alle sich mal ein Getränk holen und so weiter dann kann ich mir die Getränke holen und dann gebe ich es auf mein Team dann gleich ja kurze Pause dann bin ich jetzt bis gleich jo zwei bitte jetzt bis jetzt Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Ja. Ah ok. Ne, kein Verbindungsfehler, sondern es wurde keine Runde gefunden. Ja, bei mir steht Verbindungsfehler. Ah ok. Hm. Mein Internet ist zu scheiße. Das ist glaube ich sofort. Und nur? Wird doch nichts im Vorgehessen oder was? Ich bin anfangs in der Runde drin. Ah, hier, jetzt. Ich bin drin. Ich habe euch auf dem Fehler aufgefunden, dass es keine Runde gefunden wurde. Mit irgendwie Zeitfehler. Aber jetzt ist es eine Runde. Jetzt sind wir in der Runde drin. Ok. Tromisch. Ja, ich bin drin. Tundrailerhof haben wir jetzt. Mein Kampf ist das Spiel. Aber wenn du die Frostlinge hinderst und alle zum Ziel. Für was bringt Greif? Ich habe keine Ahnung. Ah ok, gut. Du bist scheiße, wenn du andere Leute greifst. Das bringt's. Ok, ab zum Ziel. Ich finde geil, dass wenn ich jetzt Escape drücke, nicht diese Vorschau überspringen kann, sondern ich würde direkt das Spiel verlassen. Ja. Auf geht's. Hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh nein. Hüpf, hüpf, hüpf. Nein. Ich wurde zweimal vertreten. Nein. Weil. Du, ich weckte. Ich wurde schon wieder weggeweckt. Ja, ich bin auch relativ weg. Na, ich bin ganz hin. Ich bin relativ mittig. Oh nein. Na komm. Weiter durch, weiter durch, weiter durch, weiter durch. Hey. Ich habe es überlebt. Ich auch. Ich auch. Ich habe es links. Oh. Nein. Nein. Sehr gut. Mit welchem Ziel. Nein. Oder auch nicht. Nein. Nein. Die Klappen sind fallen. Die Klappen sind fallen. Die Klappen sind fallen. Ah nein. Wird zurückgeschleudert. Das ist schlecht. Ok, wir sind glaube ich beim Ausscheiden. Aktuell. Oder ich weiß nicht. Na ehrlich. Das ist schwierig. Einer von uns muss ins Ziel kommen. Nein. Wind. Ich bin hinter dem Ventilator. Na komm. Reines Ziel. Ja, ich bin im Ziel. Plus 13 Punkte. Ich bin auch im Ziel. Nein. Ich bin vorunter geworden. Ups. Das bringt nicht viel, weil wir Position 27 haben. Das ist glaube ich sehr schlecht. Ja, ich glaube auch. Und du beendet? Plus 5. Ok. Ausgeschieden. Ja klar. Ist halt. Und wie viel kommt denn weiter? Wollen wir mal Solo-Show spielen? Können wir auch Solo-Show spielen? Das war gegeneinander spielen? Wir können beide das einstellen. Mit einer wenigstens noch eine Chance. Das war dann. Zweit haben wir. Ja. Oh. Ja. Ja. Oh. Ich habe noch ein... Ich habe ein pinkes Gesicht. Was? Mach einfach beides rein. Nice. Und du drückst mal wieder zu hoch. Mach einfach beides rein. Nein. Ähm. Ne. Ich will Solo-Show. Du kannst beide ausreden. Dann kommt immer das mal, wo wir gerade. Keine Ahnung. Auf geht's. Nur die Basiszeit weniger. Ja. Ja. Je weniger sind sie, desto besser für uns. Das sind jetzt weniger müssen wir ausschalten. Joa. Aber ich glaube, dann kommen noch etwas weniger weiter, oder? Ja. Eigentlich nicht. Ja. Es werden vielleicht noch mehr. Ja, das ist die Stadion. Das wird sich. Ah, Tür und Lauf. Das kenne ich. Das hat relativ viel mit Glück zu tun. Du musst halt gucken, wo die Türen sind. Und da hinten hängst. Das ist halt blöd. Du musst halt schon versuchen, da vorne zu rennen. Ja. Oh, wow. Weitere falsche Türen. Wow. Weil man jetzt auch erkennt, welche falschen. Man kann sehen, wo andere schon reinrennen. Ja. Aber nicht, wenn man zuerst ist, oder so. Achso, da bin ich. Ich bin ganz rechts. Das wusste ich. Aber was ist im Spiel? Oh, geh lang. Oh, geh lang. Das ist gut, um einen oder zwei vor sich zu haben, damit die schon. Ja. Ist aber doof, wenn die alles richtig machen. Oh. Ich bin relativ weit vorne. Ich komme mich sogar als erstes Ziel. Zweiter. Zweiter. Zweiter oder Erster. Oh, kacke. Oh. Oh. Ich bin unter den ersten. In den Westen. Na komm. Ja, ich auch. Ich bin direkt vor dir. Nein. Das ist noch ein richtiger Willkommen gewesen. Richtig. Nice. Qualifiziert. Als Fünfter bin ich glaube ich ins Ziel gekommen. Okay, ich habe einen Luke, der gerade noch am Start steht. Ja, der ist auch klar. Geil. Äh. Der ist zu doof durch die Tür zu spielen. Das ist doch auch gut. Beste 20. 60, 20. Nice. Ja. Ich war direkt hinter dir. 31 Leute. Ne, 48. Namenanzeigen. Nee. Erstmal. Und Namenanzeigen bringt nichts mehr. Ah, du bist unter mir. Du warst gerade unter mir. Ja, ich war... Ah. Ich war auf einem Platz schlechter als du. Oh. Windkanone. Ah, du musst einfach nur ausweichen. Oh, okay. Einfach Glück haben, dass man nicht stirbt. Glück haben, dass die anderen blöder genug sind. Ähm. Blöd genug sind und Mutter. Ey, Schiss. Mit ein bisschen Geschick kann man es überleben. Wir haben hier viele Anfänger, die das... Wir haben hier viele Anfänger, die das so gut runter kippen. Nein. 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 Das ist doch knapp. Jo. Ach du Scheiße. Ich... Doch stehe ich. Ich stehe noch. Was ist denn heute hier los? Jo. 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 Ich kann hier unten überlaufen. Tja. Uno ein bisschen Überleben. اغ. Zwei müssen... Einer muss noch. Einer muss noch. Qualifiziert. Nice. Bet. Das war einfach. Ich wurde schon zwei, drei mal umgehauen. Das war heute... Das war irgendwie heftig. Oh, ich habe gar nichts getroffen. Hi, du bist da. Du bist rechts. Ja. So, nächste Runde. Mal schauen, vielleicht schafft es heute jemand mal ins Finale. Oh, fangen wir, oder? Nee, Spunkknopf. Ach, das ist leicht. Ah, okay. Er sagt gerade nach was anderem auch was zu groß, oder? Das schaffen wir. Auch wieder nicht runterfallen. Muss man sich beim lilan ducken, oder einfach nicht springen? Nee, einfach drüber springen. Also einfach drüber. Nee, beim lilan. Und lauf nicht in die falsche Richtung. Ja. Ist ziemlich blöd, in die falsche Richtung zu laufen. Ist eigentlich egal, in welche Richtung man läuft. Man hat so oder so einen kleinen Vorteil. Ja. Hops. Hoi. Oh nein. Das war fies. Zwei sind so schnorz geschieden. Oh, kacke, kacke. Oh, kacke, kacke. Jetzt raus. Ja. Nice. Wow. Ich glaube, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Es ist viel besser, wenn man davon wegläuft. Nö. Nee, nicht. Bist noch drinnen? Ja, bist noch drinnen. Ja, voll easy. Oh, elf übrig. Wow. Boah. Bei der ersten Runde war die Steuerung noch ein bisschen komisch, weil die so schwammig war. Die kommen relativ weit hier. Ja. Der ist schon Finale oder? Nee, Finale noch nicht. Nee. Ich glaube, Finale sind weniger. Ja. Letzte Runde, aber doch, das Finale. Da bin ich noch nie reingekommen, weggehext. Das hab ich noch nie geschafft. Ey, ich find's so richtig witzig, weil ich, das gibt's ja auch bei dieser Schauauswahl und da fehlt einfach ein G bei der Schauauswahl. Jetzt hier. Oh, das hab ich noch nie gespielt, verdammt. Ähm. Es ist einfach nur, wie beim Einkommen, das mit Lava. Also, das ist meine... Das ist ja nicht denselben roten Öfters. Ja. Ich weiß, wie das geht, aber... Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Nein. Ich bin auf der blauen Ebene. Ich bin das einzigste ganz oben. Nein, Ziege. Jemand möglichst lange überleben. Oh nein. Nein, ach du Scheiße. Bin auf der nächsten blauen Ebene. Ich bin noch auf der gelben Ebene. Oh kacke. Das ist kein guter Anfang. Einer ist schon ausgeschieden. Jetzt bin nicht ich. Ah. Aber jetzt bin ich auf der gelben Ebene. Nein. Jetzt bin ich auf der zweiten Ebene. Jetzt bin ich auf der zweiten Ebene. Oh kacke. Du wirst das noch gewinnen. Ich bin so schlecht daran. Okay, jetzt bin ich mit einem anderen auf der Trip. Aber sechs sind schon ausgeschieden. Es müssen nur zehn ausscheiden. Oh. Ja. Weil wir nur elf Leute sind. Oha. Sieben sind schon weg. Sieben sind schon weg. Ich weiß. Ist noch jemand mit mir. Wir sind gleich zu zweit hier. Oh kacke. Kacke. Nein. Ich bin weg. Hast gewonnen oder? Ne noch nicht. Da ist jemand mit mir und das ist relativ gut da drin leider. Nein. Aber ich war acht von zehn. Ich hab noch relativ lange überlebt. Nein. Ich bin runtergefahren. Nein. Du hast noch relativ lange überlebt. Ich bin stolz. Ich erhoffe ich bin zweiter. Vielleicht. Oder wenn es wird. Schade, dass wir kein Team sind. Weil sonst könnte ich die Globa ja mit einstecken. Ja. Das wäre jetzt gut. Na komm. Das ist. Ich beobachte dich. Mein erstes.. Dafür, dass es mein erstes Mal in diesem Menyspiel war. Nein. Gar nicht schlecht. Na komm, nein, du fällst durch, na komm, halt durch, na komm, einer ist noch da, den mussten wir ausschalten, muss eine andere über dir wahrscheinlich, ja, gucken wir mal den anderen an, ja, der ist weit deutlich über dir, ist auf der gelben Plattform, kann der so lange da drauf aushalten, na komm halt noch durch, vielleicht fällt da an dir vorbei, wenn du es noch ein bisschen durchhältst, ist immer noch ein, äh, der hat fast keine Plattform mehr, ja, und ich glaub, der fällt, dann fällt er wahrscheinlich relativ weit nach unten, er hat durch, oh, er fällt, ja, er ist gewonnen, ich hab gewonnen, geil, Applaus, ich hab aber auch echt noch viel Platz, ich hab noch nicht gewonnen hier, vielleicht gewinne ich euch auch noch mal, ja, aber auch nicht schlecht, war relativ gut, ja, das stimmt, ich hab eine Runde viel ausgeschieden, ja, keine 15.000, weht, so, next, gleich wieder rein, oh, ich hab dieselbe Farbe, ich weiß nicht, na komm, warte, ich kann diese Scheiße nicht überspringen, warte auf dich, Hanni, ich will, du kannst auch Ding anmachen, äh, hier, beides anmachen, der Wartestand, äh, so nicht, schauen wir uns mal, ja, mach mal beides, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist, mehrere Shows, äh, okay, ja, ach so, das ist mein Auswahl, ja, mal schauen, was wird, Soloschau, auf geht's, schwindende Höhen, auch das leicht, am schlimmsten finde ich dieses Rennen Ding, wo du, wo du, wo du zwei Runden machen musstest, das heißt, das ist ja, das ist schon ein paar Mal geschafft, aber das ist irgendwie, das ist hart, jo, vor allem hektisch, na, wo bist'n du, ach, da drüben, allerdings, hüpfen, hüpfen ist der Trick, jetzt hüpfen würde ich schneller, nein, ich bin auf eine falsche Plattform Level, hüpfen, 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 hüpfen und hier musst du einfach zwischen die Bretter gehen, wo du zwischen hier, 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 auf der Schrägen ist es definitiv schnell, oh, oh, nein, oh, ich hab, oh, ich bin ganz oben getroffen, aber ich wird nicht runtergeworfen, Ja, geht's gut, ja, das stimmt, ich bin nach oben, ich bin nach vorne dabei, ja, vor mir sind nur zwei, ich bin runtergefallen, ich bin der drittbeste gerade, und bin gerade runtergefallen, nein, warum fällst du denn runter, warum machst du sowas, weil, beim Drehen, dieses Gras hat mich runtergebrochen, kacke, erstes drin, zweites drin, ich bin der dritte, nein, ich bin der vierte, Nein, nein, diese Wand, bitte, fünfte, ich bin fünfter, nice, okay, ich bin ein bisschen weiter hinten, da kommst du auch, da steht einer vom Ziel, da gäbe Leute, das ist ja, das ist ja fies, Leute gäbe das scheiße, nein, du scheinst noch aus, schnell rein mit dir, das sind 20 schon drin, boah, ich bin rein, ich hab's gerade so geschafft, glaube ich, Ja, bis zum letzten noch, aber, yo, ich glaube, ich bin vorletzt, als ich noch mal nicht schweiziert hatte, Ich dachte, es kamen noch ein paar, aber, ah ne, ich war 26, ich war fünfter, Ja, gut, weiter geht's, 37, hab ich das mal, ich hab zwei mal richtig, oh, das Ding ist auch, das ist mit dem Ring, ist auch blöd, schalte ich dir mal aus, Was müssen Punkte, sagen wir, Dinger, sind immer schweizig, hallo, ich dachte, wir siehst du noch drin, ich muss noch entscheiden, Okay, das kann ich machen, oh, Kacke, Skilflug, das hab ich bisher nie geschafft, oder auch dreimal bist du geschafft, Ich sehe, was man machen muss, durch die Farbe, du musst durch die Ringe und Punkte sammeln, Ja, du kannst runterfallen, so oft du willst, du musst durch die Ringe und Punkte sammeln, Okay, mindestens, mindestens, über eine Hälfte sein, das sollte ich doch, das nicht schaffen, Ich glaube, 15 war uns, du kannst auch 15 mal runterfallen und dann 15 mal durch das Ding durchfallen, ist egal, Ich glaube, das letzte bringt Nährpunkte, wenn du dort durch, das Ende durchfährst, das dann, Ja, man muss, man muss aber, äh, 5, ja, cool, 15 Punkte, Auf geht's, Okay, Lü, Kacke, Einen Punkt, Okay, Gold, Verdammt, Nein, runterfallen, Toll, komm, Punkte sammeln, Nein, immer noch bei einem Punkt, Das ist schlecht, Ey, weil die kleinen Löcher sind nichts, ich bin auch bei einem Punkt, Zwei Punkte, Zwei Punkte, Okay, okay, Nein, Zwei Punkte, Ich habe zehn, Elf Punkte, Elf, Na, verdammt, Wir sind gleich auf, Nein, ich bin runterfallen, Verdammt, Zwölf, Nein, Verdammt, Ich hing im Ding drun, Zwölf, Na komm, das müssen wir doch noch schaffen, Nein, Dreizehn, Dreizehn, Zwei noch, Dreizehn, Vierzehn, Dann komm, Einen noch, Vierzehn, Nein, ich wurde runtergeworfen, Unten wurde ich runtergeworfen, Sonst hätte ich es jetzt qualifiziert, Eins noch, eins noch, eins noch, Einer noch, Ja, okay, ich habe es, Fünfzehn qualifiziert, Ja, Ey, das ist doch mies, Ich werde die ganze Zeit runtergeschöpfen, Weil wenn ich nicht mehr durch bin, dann bin ich noch, Sieben von zwei, Zwanzig vielleicht glaube ich, Entspannt, Äh, ne, du warst achter, Ich war siebter, Ich habe es ganz kurz vor dir geschafft, Ich habe es ja kein Wettbewerb, Außerhalb im Finale zu zweit, Sonst dann, Ja, Dann geht es hart auf hart, Oh, Wird es hier nichts mehr gelümmt, Mir passiert auch die ganze Zeit sowas wie, Manchmal springe ich so durch, Aber ich leide nach oben gegen, Und fall runter, Oder ich leide auf hinten, Ich kaufe, Erdbeertötchen, Und mir ist nicht mehr Neudanten, Nicht mehr, Nicht mehr Neudink, Ich habe schon Level 15 glaube ich, Bei dem Spiel, Weil ich schon ein paar Runden gespielt habe, Ein bisschen geübt habe, Okay, die brauchen noch ein bisschen, Ja, So schlimm war es bei mir gar nicht, Ja, Wir haben ja, Ja, Wir hätten noch Zeit gehabt, Ich dachte ich war richtig schlecht gewesen, So schlecht waren wir gar nicht, Ja, Erdbeertötchen, Ja, Erdbeertötchen Das raus, Sieht schlecht aus, Für etwa Tötchen, Noch zwei Leute, Ja, Aber die anderen sind auch nicht gerade die besten, Ne, Sieht schlecht aus, Für etwa Tötchen, Na komm, Fördrich, Ein Punkt noch, Na komm, Schaffst du, 21 und 22, Na komm, Es ist, Kann es noch, Ach, Wenn der jetzt da durchgesprungen wäre, Oder er oder sie, Das wäre es gewesen, Na, Ausgeschieden, Trink genug gewachsen, Trink, Erdbeertötchen, Ja, Das wird ja, Erstaunlich lang, Du brauchst dafür, Dass du wenige ausschalten, Hm, Was ist das? Ach, das ist wieder dasselbe wie vorher, Bloß dann mit anderen, Mit anderen, Objekten, Nicht runterfallen, Ja, Der Wirbel, Da hast du, Glaube ich, Da musst du gucken, Dass du nicht gegen den Ventilator läufst, Statt dem, Ja, Glaube ich auch, Da wo der Windplotter sich hindreht, In die Richtung, In die andere Richtung, Musst du laufen, Ja, Ich glaube in die Richtung, Einer ist schon ausgeschieden, Drei sind ausgeschieden, Vier sind ausgeschieden, Ich werde auch fast ausgeschieden, Bei dieser Stelle, Wo wir beide sind, In die Knabe, Qualifiziert, Das war leicht, Ja, Aber dieses, Dieses doppelte Training, War auch echt mies, Das hätte mich auch fast runtergebracht, Ja, Wurde auch ein bisschen zur Seite gedrückt, 13 übrig, Na komm, Wir kommen wieder ins Finale, Oh, Es sind heute ein paar gute Runden, Hoffentlich, Jetzt, Jetzt habe ich es gekreut, Jetzt kommt jetzt so ein Spiel, Was nicht kann, Jetzt kommt dieses Spiel, Oh, Kacke, Da hast du schon, Das ist Glück, Zehenspitzen, Da musst du, Da musst du, Da musst du halt, Ich werde vorne mit dabei sein, Weil sonst, Wenn du als letztes da mitgehst, Dann, Sind alles schon drin, Wenn der Weg schon klar ist, Und dann, Dann hast du verloren, Und noch hinten bist, Ja, Nicht unbedingt, Ich gehe nicht als erstes, Ich kann mal die Namen ausblenden, Oh, Kacke, Okay, Da geht es lang, Ich habe echt Angst, Da geht es gerade, Nein, Die können sich bis zu acht Leute qualifizieren, Nach links, Nach links, Nach links, Nach links, Nach links, Da geht es lang, Du kannst noch Glück haben, Und einfach durchrennen uns, Das schaffen, Verdammt, Nein, Du bist runtergefallen, Oh, Jetzt gehts, Links, Oben, 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 Jetzt musst du mit dabei sein, Ja, Ich will auch, Ah, Okay, Nein, Sie haben mich runtergeworfen, Konfiziert, Mich hat mal ganz kurz davor runtergeworfen, Na komm, Vielleicht schaffst du es noch, Ja, Ich weiß den Weg, Ich weiß den Weg, Die anderen nicht, Na komm, Na komm, Ah, Verdammt, Fast verkackt, Nicht unbedingt, Bei dieser ist, So ein richtig steck geblieben, Da muss es schon wirklich dort, Demnicht sein, Komm jetzt, Am Rand lang, Nein, Nein, 6 von 8, Nein, Da nicht, Geradeaus wärs gewesen, Ah, du bist raus, Ja, okay, Ich muss nicht mehr, Oh, schade, Es muss mir zugucken, Wie du draus wirst, Dein Spaß frechst, Schaffst es ja, Na, Kommt drauf an, Wie das Finale jetzt wird, Ja, Welche Spiele, Kann auch ein gutes werden, Na komm, Ein Sieg, Nenne ich meine erste Krone heute, Das wärs mal, Oh, Ja, Bergspitze, Gute Chancen, Greifen mit Shift, Okay, Ne, Das wär so leicht, Sag das nicht, Na komm, Ich folge mich, Du schon, Na komm, Das schaffen wir noch, Oh, Nein, 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 Das war scheiße, schon verloren du darfst nicht bei der schräge spring nicht zu steil das macht es langsamer sind viele vor mir ja ich spring nicht langsamer macht verdammt schaffe ich nie na komm verdammt wenigstens nicht letzter sein hier kannst du wieder springen da sind dass die krone die könnte ich greifen da kommen wenn er kommst du wird dann auch ich glaube ich scheitere daran diese krone zu erwischen ich habe auch ich war nicht dran ich war an der krone erst mal melden der bronze silber und gold wird einfach verloren ja das sind zwei beim finale kurz vor dem ende sind gute runden heute da kommt der dritte schaffen wir noch jetzt haben wir hier ist das dieses die event ok auf geht's ich bin bereit ja bin ich auch schon ach ne wird zuhause nach der runde müssen wir schluss machen oh haben wir uns wieder na komm eine runde kriegen wir noch das ich bin ein bisschen verschwenden sie heute Na komm, let's go. Vielleicht kriege ich sogar noch einen Gewinn heute. Das sieht gar nicht so schwer aus. Das wäre echt schön. Das wäre echt eine schöne Abrundung des Teams. Jo. Ist auch in Ordnung, wenn ich das nicht schaffe. Zweimal ins Finale gekommen, offenbar ich die Runde jetzt verkackert. Ja. Das ist ein sehr toller Stream gewesen, trotzdem. Ja, aber jetzt war es auch super. Ich kann jetzt... Dieses Ding kann nichts mehr versauen. Außer wenn ich jetzt sofort in der ersten Runde ausschalte. Das wäre schon scheiße. Ja, das wäre gut. Das wird ja wohl nicht passieren. Ich bin richtig gut durch. Na komm. Ja, diese Stachelsinger, die sind scheiße. Boah, das war richtig schnell. Na komm, ich bin da schon mal durchgekommen. Ich muss leider beiden nochmal von vorne machen, wenn man in den Rütter fällt. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ich erwischt immer so die letzte. Noch ist keiner am Ziel, also noch sei es möglich. Nein, mich erwischt immer diese letzte von jetzt. Ah, verdammt. Aushalten. Und weiter. Nice. Na komm. Da wäre jetzt schon jemand am Ziel. Ich glaube, ich stelle diesmal direkt am Anfang aus. Verdammt, das war blöd. Hierbleiben, 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 hierbleiben. Na komm, hier. 20. Na komm. Ich bin im Ziel. Ja, qualifiziert. Ich könnte nicht sogar noch qualifizieren. Nein. Ich seh dich. Na komm. Ah, wird knapp. Na komm, da ist das Ziel. Bleib dort, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt rein. Rüber, rüber und rein. Ja, ich schaff's noch. Nice. Sehr knapp. Aber du hast es geschafft. Ja, richtig knapp. Qualifiziert. Ich bin halt richtig an diesen Baumstimmen hingekriebt. 36 ist übrig. Ist nur eine ganze Menge. Ein Pünchen wäre schon was tolles. Aber, ja. Ist halt bei Folge so ne Sache. Oh. Ah. Ich löse es. Oh ne. Oh, kacke. Merde die Symbole. Das Memory. Ja, ist so. Einfach dorthin gehen, wo die meisten hingehen. Das ist. Jaaa. Kommt. Ah ne. Es sind so wenige Karten. Die kann man nicht sogar merken. Nicht so wie bei diesem Minecraft-Game-Modus. Kontinier. Äh. Kirsche und Mango. Kirsche und Mango sind hier. Kirsche und Mango. Nein, scheiße. Mango ist hier. Mango ist hier, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es bei mir Mango ist. Nice. Kein Runterschubsen hier. Das wäre scheiße. Orange und Kirsche. Orange. Orange habe ich hier. Orange, Traube habe ich hier. Orange, Traube, Mandel, Kirsche. Orange, Traube und Kirsche habe ich hier am Eck. Das könnte was werden. Orange, Kirsche, Mandel. Was wollt ihr? Äh. Habe ich gar nicht hier. Mango ist hier. Komm her. Nein. Puh. Knapp. Banane, Kirsche, Wasser, Melone, Mandel. Und Traube. Und Orange. Okay. Hier habe ich Orange. Orange, Banane und Kirsche habe ich hier. in der Mitte. Ähm. Mango habe ich gar nicht. Wo ist das? Oh. Sehr gut. Ich lebe noch. Ey. Qualifiziert. Oh mein Gott. Ich wollte gerade jemanden runterwerfen. Und dann war gerade so qualifiziert. Ich war schon fast beim runterfliegen. Das hilft gut für mich. Ah. Top 10. Da sind viele hoch. Sehr gut. Können fast schon Finale sein. Mit 10 werden schon Finale begeben. Letzte Runde. Ja. Weg gehackst wieder. Na komm. Vielleicht stelle ich mich diesmal besser an. Oh. Vielleicht falle ich auch nicht wieder alle Stufen runter bis zur letzten umgekündert. Na komm. Concentration. Das schafft oben zu bleiben wie jetzt. Okay. Nehmen wir seine Felder auch. Du kannst einfach direkt eins nach rechts. Du kannst nach rechts rücken und versuchen das Lila nicht zu bekommen. Ja. Oh nein. Ich bin beim blauen. Ich mach weg hier. Nein, 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 nein. Ich bin noch beim gelben. Ich muss da rüber. Ich bin beim blauen. Nein, ich bin beim orange. Ich bin noch beim blauen. Ich bin durch. Das Problem ist, wenn man gut ist, hat man halt einfach das Pech zu machen. Oh scheiße, ich falle nach ganz unten. Ich bin auf dem blauen. Ja, auf dem nächsten blauen. Ja, auf dem nächsten blauen. Oder nicht. Oh scheiße. Oh scheiße. Ich habe eine Taube, die mir alles ruiniert. Oh nein. Sorry. Ich geh mal nach drüben. Das meinte ich gerade. Wenn man runterfällt, dann fällt man viel runter. Okay. Nein. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Gelb. Okay, ich bin beim gelben. Wir sind auf der selben Ebene. Aber nicht mehr lange. Sieben. Oh kacke. Oh, wir sind wir zwei gegeneinander. Ja, ich bin aber über die noch. Noch. Ich räum hier unter dir auf. Ich bin runter. Na komm. Fall runter. Boah, die Krone. Verdammt. Oh nein. Du hast gewonnen. Oder? Ja. Oh ja, ganz knapp. Ich wäre mir direkt auf dem Duster. So knapp. Meine erste Krone. Wäre es gewesen. Aber Applaus für dich. Der Herr verdient. Das ist. Zwei Siege heute in dieser Folge. Mach's. Den spielen wir uns nicht mal verloren. Weil ich Minecraft gespielt habe. Verdient. Aber als zweitbester. Das war das. Das ist doch das. Heute gute Runden für mich hier. Kann man doch sagen. Oha. Levelaufstieg. Ich hab ein paar Kudos gekriegt. Ich hab diese besondere Nüsten bekommen. Nice. Neue Outfits bekommen. Neue Farbe bekommen, glaub ich. Na, ne. Ich hab jetzt Flipflops. Flipflops hab ich schon länger. Neue. Nächstes mit Level 18 kriegt, glaub ich. Ist das kostenlos? Oder? Ist das auch ein Kostüm? Oder ist Level 17? Ich weiß nicht. Ich glaub das muss man. Die Kostüme. Muss man bezahlen für. Ja. Ja. Aber mit Level 19 krieg ich Familie Auditore. Das ist der nächste Rang. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist mal. Und dann gibt's einen kostenlosen Skinner. Da gibt's so diesen hier. Einen schwarzen mit. Da sieht auch nicht schlecht aus. Ey jetzt von 580 Kudos hab ich grad. Vielleicht kann man davon sich was kaufen. Ich hab's 6. Warte mal. Shop. Sagt. Nein. Glaub ich. Gegenstände. Na doch. Du kannst hier Flower Bowl kaufen. Was kann ich mir kaufen? Flower Power. Cool. Wo ist das? Bei Gegenstände. Gegenstände. Flower Power. Ah oder du kannst hier. Nee Frosch kannst du nicht kaufen. Der kostet 700. Oder. Holzfäller Basis. 2200. So verhärb ich mich. Echt toll. Ich kann mir ne Farbe kaufen von diesen anderen Münzen. Dieses Kletcher. Aber das sieht scheiße aus. Ich hab nur 100 von den Münzen. Ich hab nur 100 von den Münzen. Die ich mir glaub ich nix leisten. Ich hab nur 100 von den Münzen. Das war wohl grad gegen Echtgeldwährung eintauschen. Diese Münzen. Ja. Die Münzen kannst du aber Kletcher kaufen. Ich hab 100 davon schon eben freigeschaltet. Ich hab mehr Flower Power. Ich hab mehr Flower Power. Namensschild. Ja. Ja. Ich hab auch. Ja. 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 Das war doch mal kostendrichtig das Spiel. Der ist auch immer noch, also wenn. Es fliegt rein. Wichtig. Du kannst du ja anfangen das ist gekostet dass den season pass kannst du jetzt kaufen dann der links all die extras die jetzt hier die mit dem schloss davor sind die drachen kopf den jetzt schon die kanon hätte ich gekriegt kannst ja auch kaufen mit echt geld aber wer will denn das so na dann viel spaß ich bin raus aus dem spiel ich krieg noch mal durch ich würde auch nämlich mal sagen dass ich heute das jetzt für heute schluss machen alles klar wenn 4500 mal gewinnt dann kriegst du marmor statu so ich würde mal sagen ich schicke ich in die endcard und breche noch ein raid vor ich weiß wo heute in welten der die wird sie wollen der spielt heute chaos klaus an und ja da wenn man gleich mal hin jetzt schießt auch ein ganz netter youtube schicke ich den endcard dann werden wir noch darüber bleibt noch dran für maids und dann schaltet morgen wieder einen morgen am dienstag diese woche ist volle dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag so dafür mache ich dann brichter zur erholung na ich nicht weil da muss ich ja auch wieder handwerken hier muss ein bisschen schleppen und so weiter aus anderen gründen kann ich da nicht geben aber diese woche wird genug gestreamt nämlich ab morgen 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 19 uhr gamescom opening night live auf tütsch mit modi muss man die anschreiben für das heute mal ausprobieren wie das mit den kamen und kameras gehabt na dann aber in der endcard mit euch und morgen zur gamescom opening night und dann der rest der woche zur india arena und zu zu gamescom einschalten